Hallo liebe Eltern hier im Channel von HandyKinder.de. Heute habe ich einen möglichen ersten Begleiter für eure Kinder mitgebracht. Einen technischen Begleiter, nämlich den GPS Tracker von Renect, den Renect Kids. Dieser Tracker soll eure Kinder bei ersten eigenständigen Ausflügen unterstützen und zusätzlichen Sicherheit und Schutz in eure Familie bringen. Wie dieser Tracker funktioniert, was er alles kann und wo vielleicht auch Nachteile liegen, darum soll es in diesem Video gehen. Klären wir doch zuerst mal, was überhaupt ein GPS Tracker ist und was diesen Tracker von anderen Geräten unterscheidet. Mit diesem GPS Tracker könnt ihr den Standort eurer Kinder ermitteln und zusätzlich auch historisch den Weg eurer Kinder anzeigen lassen. Außerdem sind weitere Funktionen integriert, zum Beispiel Geofencing, das heißt ihr könnt Sicherheitsräume einrichten. Immer wenn sich euer Kind aus einem solchen Sicherheitsraum entfernt, könnt ihr einen Alarm in der Smartphone App erhalten. Eine Besonderheit dieses Trackers ist, dass er nicht nur den Standort ermitteln kann und den Routenverlauf anzeigen kann, sondern er bietet auch eine Notfallfunktion. Diese Technologie ist patentiert, die findet ihr also nur hier. Zentrum dieser Funktion ist der rote Knopf hier in der Mitte. In der Mitte betätigt das Kind über einen längeren Zeitraum von drei Sekunden diesen Knopf, wird ein Notfallsignal in der App ausgelöst. Das heißt, eine Notfallnummer erhält eine Mitteilung, dass das Kind den Knopf betätigt hat, kann dann, und das ist jetzt die wirkliche Besonderheit, mit dem Kind direkt am Tracker telefonieren. Denn bei diesem Tracker ist auch eine SIM-Karte integriert, hier an der Seite sehen wir den Slot und passend dazu ist hier oben auch das Mikrofon zu sehen. Das Kind kann also direkt in den Tracker hineinsprechen und hier ist dann der Lautsprecher, aus dem eure Stimme als Eltern dann an das Ohr der Kinder dringt. Das ist also eine erweiterte Funktion, nicht nur Tracking, nicht nur Standort ermitteln, sondern ihr könnt im Notfall auch direkt mit eurem Kind hier kommunizieren. Das kann im Einzelfall tatsächlich hilfreich sein und nützlich sein, euer Kind kann euch um Hilfe anfragen und kann schnelle Unterstützung unterwegs bekommen. Beachten sollte man aber, diese Funktion ist nicht im Kaufpreis inklusive, ihr müsst nach dem Kauf noch direkt ein Abonnement abschließen. Wie funktioniert nun die Einrichtung dieses Trackers und was sind weitere Besonderheiten? Wenn ihr diesen Tracker gekauft habt, zum Beispiel im vNECT Online Store, könnt ihr diesen Tracker direkt auf der Internetseite von vNECT aktivieren. Dazu müsst ihr den E-Mail-Code, der hier auf der Rückseite abgebildet ist, auf der Internetseite eingeben und dann könnt ihr dort das Abonnement wählen, in dem dann Telefonie und Tracking inklusive sind. Wichtig danach ist, sobald dieser Tracker also aktiviert ist, könnt ihr den Tracker anschalten. In unserem Test haben wir aber schnell herausgefunden, eines ist wichtig, ihr solltet den Tracker draußen anschalten, nicht in Innenräumen, denn nur draußen kann sofort das GPS-Signal empfangen werden. Um den Tracker anzuschalten, klickt man hier auf der Seite 3 Sekunden auf den On-Off-Knopf, danach versucht der Tracker die Verbindung zum GPS-Netz herzustellen. Sobald ihr den Knopf wieder loslasst, vibriert das Gerät und dann könnt ihr den Knopf wieder loslassen eben und der Tracker ist dann eingeschaltet. Die GPS-Funktion wird dann aktiviert. Hier sieht man in der Bedingungsanleitung auch, was die einzelnen LED-Anzeigen an der Seite bedeuten. Aus dieses blauen GPS-LED-Anzeigers bedeutet, dass das GPS-Signal ungültig ist. Ein gültiges Signal wird empfangen, wenn dieses blaue LED-Licht blinkt. Nachdem also die Verbindung zum GPS-Satelliten hergestellt worden ist, könnt ihr auf eurem Smartphone die Renekte-App installieren. Ich habe das im Vorfeld bereits getan. Es gibt diese App sowohl im App Store von Apple als auch von Google. So sieht das dann aus. Hier könnt ihr euch dann mit eurer E-Mail-Adresse einloggen. Auch hier muss also ein Account erstellt werden. Und dann könnt ihr die GPS-Tracker eurer Kinder mit der App verbinden. Die Mehrzahl GPS-Trackers ist gewollt, denn tatsächlich können auch mehrere GPS-Tracker mit der App verbunden werden. Und, das ist auch wichtig für uns Eltern, ein Tracker kann auch auf den Smartphones mehrerer Vertrauenspersonen, im Zweifelsfall der Eltern, aktiviert und angezeigt werden. Es können also auch beide Elternteile in ihrem jeweiligen Smartphone sehen, wo sich das Kind gerade auffällt und auch Notfallsignale empfangen. So sieht die App also aus. Hier ist der schon angesprochene Verlauf zu sehen. Es sind verschiedene Einstellungen möglich. Außerdem können hier Sicherheitszonen angelegt werden. Wie gesagt, erhaltet ihr einen Alarm, wenn sich das Kind aus dieser Sicherheitszone entfernt. Weitere nützliche Funktionen sind, dass ihr auch hier die Karte umstellen könnt. Neben der Classic Map, die also hier die Straßenanzeige ist, ist auch eine Salitiertenanzeige möglich. Außerdem sind hier auch weitere Maps verfügbar. Eine tolle Funktion ist an sich das Live-Tracking hier. Live-Tracking Super-Live heißt es hier. Denn hier wird der Standort besonders häufig ermittelt. Alle 10 Sekunden und zwar für einen Zeitraum von 5 Minuten. Hiermit bekommt ihr also einen besonders genauen Überblick über den aktuellen Standort und den Routenverlauf eures Kindes. Über die Funktion hier könnt ihr dann auch weitere Tracker hinzufügen. Soweit dazu. Natürlich kann man auch weiter hier herauszoomen. Man kann auch die Weltansicht aktivieren. Das bringt natürlich im Zweifelsfall nicht so viel. Aber wie gesagt, es ist schon sehr genau die Anzeige hier auch möglich. Man sieht auch wenige Meter genau, wo sich der Tracker gerade befindet. Vorausgesetzt natürlich das GPS-Signal und zusätzlich auch noch das GSM-Signal wird hier gut empfangen. Im Keller oder in abgeschlossenen Räumen ist es natürlich schwierig, hier eine Ortung vorzunehmen. Was ist noch zu diesem Tracker zu sagen? Ja, er ist sehr kompakt. Er hat gerade im Maße von 6 x 4 cm und ist nur 55 Gramm leicht. Also wirklich ein leichtes Gerät. Hier an der Seite wird er übrigens aufgeladen. Der Akku soll bis zu 7 Tage durchhalten. Das ist tatsächlich auch eine reife Leistung, auch im Vergleich zu anderen Kids-Watches, die man teilweise alle 2-3 Tage auf jeden Fall aufladen muss. Ob man diesen Tracker überhaupt mit einer Kids-Watch vergleichen kann, das ist natürlich fraglich. Denn die Anruffunktion dient hier wirklich nur dem Notfall. Es ist also kein wirkliches Kommunikationsgerät, mit dem ihr dann ständig mit euren Kindern telefonieren oder Nachrichten austauschen könnt. Im Vordergrund steht hier tatsächlich die Bestimmung der Position, das GPS-Tracking. Und diese Funktion funktioniert tatsächlich auch sehr gut. Da wird eine patentierte Technologie eingesetzt. Das kommt hier auf jeden Fall zum Tragen. Wichtig für euch auch zu wissen ist, dass dieser Tracker wenig Ablenkungen für eure Kinder bereithält. Es gibt also keine Spiele. Es gibt ja nicht mal hier ein Display, das angezeigt wird. Dieser Tracker ist wirklich ein Begleiter, ein technischer Begleiter für eure Kinder, mit dem es nichts zu spielen gibt. Positiver Nebeneffekt davon ist, dass er auch problemlos und ohne Aufsehen in der Schule eingesetzt werden kann. Und Eltern hier keine Probleme haben mit diesem GPS-Tracker. Soweit dazu. Als Einstiegsmöglichkeit würden wir diesen GPS-Tracker tatsächlich empfehlen. Für ältere Kinder ab einem Alter von 8 Jahren, 8 bis 10 Jahren empfehlen, Experten ist dann vielleicht schon ein eigenes, einfaches Handy besser geeignet. Ab 10 bis 12 Jahren werden eure Kids sowieso ein Einsteiger-Smartphone auf der Wunschliste ganz oben haben. Experten empfehlen auch hier mit Begleitung diesen Wunsch nicht auszuschlagen und den Kindern dann ab einem Alter von 10 bis 12 Jahren tatsächlich auch ein eigenes Smartphone zu gönnen. Zum Einstieg aber, um euren Schutz und den Schutz eurer Kinder zu erhöhen, ist das ein praktisches Tool, ein technischer Begleiter, der eure Kinder unterwegs bei eigenen Ausflügen und ersten Entdeckungsreisen ohne Eltern unterstützen kann. Weitere Infos zum Tracker, auch zu den Preisen und aktuellen Angeboten, findet ihr bei handykinder.de. Ich freue mich auf euren Kommentar und hinterlasse gerne dort auch eure Erfahrungsberichte. Wie seht ihr GPS-Tracker und welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Wir sehen uns gleich bei handykinder.de. Bus. палkt.de. Teilnehmat. Musik 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 Musik